Hallo, ich bin Julia vom Kirchenhaus Fried und heute besuchen wir unser Kooperationspartner, die Firma Eisen in Pforzheim. Hallo, ich bin der Tobias, der Inhaber von der Firma Adolf Eisen. Heute begrüßen wir Julia Neis und den Herrn Bäumler bei uns zur Werksbesichtigung. Wir haben einen kleinen Ausblick von unseren ganzen Dekoren unserer Arbeitsplatten. Wir fertigen Natursteine, wir fertigen Quarz-Komposit-Arbeitsplatten, wir fertigen Dekton-Arbeitsplatten und Keramik-Arbeitsplatten. Da geben wir uns die Kerle runter. Hier zeige ich jetzt der Orneis und seinen neuen Stein, Labrador Black. Ein sehr günstiger Stein für den Preiseinstieg. Nicht farbvertief, einfach naturpur. Haben wir in matter Ausführungen oder in glänzender Ausführungen. Bitte schön. Hier sehen wir Quarz-Komposit-Arbeitsplatten ist hier Brasilien. Es sind einfach Unikate, wo die Kunden sich hier aussuchen können. Jeder Stein ist wie ein Wind. Hier sind wir jetzt unserem Rohplattenlager. Hier kann sich dann der Kunde vor Ort seine Natursteinplatte aussuchen. Wir stellen die Natursteinplatten auch gerne nach vorne ins Tageslicht. Wir zeichnen dann die Kochinsel, die Spülenplatten mit dem Kunden gemeinsam an, sodass er wirklich ein Unikat erhält. Wir tun komplett digital fertigen. Das heißt, wir arbeiten schablonenlos. Das Besondere an der Maschine ist, dass wir hier mit Vakuum-Saugern arbeiten können, wo die Platten versetzen. Wir haben dadurch keine Kratzprobleme in der Oberfläche. Das Besondere an unserer Kantenbearbeitungsmaschine ist, dass wir zehn Supporter haben. Das heißt, wir haben einen ganz explosiven Glanz. Und wir tun die Untersichten feinschleifen, kalibrieren und feinschleifen. Das heißt, für den Kunden, er hat einen Übergang von zwei Arbeitsplatten, keine Stärkenunterschied. Hier sieht man das. Wir haben nicht nur Arbeitsplatten im Portfolio, sondern wir bieten auch den Kunden und somit auch den Küchenstudios Fliesenbeläge an. Das heißt, wir haben eine große Auswahl an Fliesen, die wir dann auch verlegen, sodass der Kunde einen Anruf tätigen muss und dann einfach eine Komplettleistung von uns erhält. So, das sind neue Dekore für die Fieber Fried, von uns auf Mars produziert, damit das auch in ihren Ausstellungsstätten da passt. Und ab sofort bei unserem Küchenhaus Fried erhältlich. Also vielen Dank. Gerne. Bis bald. Bis bald. Ciao. Tschüss. Tschüss.